Wie sieht die Zukunft aus? Mit der neuen C-Charge D von Siemens ist die Zukunft schon da. C-Charge D ist die perfekte Wahl für alle Schnellladeanwendungen in jeder Umgebung. Schnell. Robust. Bequem. Die C-Charge D ist ganz einfach aufzurüsten, bis zu einer Ladeleistung von 300 kW, um den ständig wachsenden Ladeanforderungen von Elektroautos gerecht zu werden. Diese leistungsstarke Ladesäule ist wirtschaftlich, platzsparend und kann ganz einfach um zwei zusätzliche DC-Steckdosen erweitert werden, um bis zu fünf Fahrzeuge parallel aufladen zu können. Zukunftsweisend ist die Dynamic Power Allocation-Funktion, die den Strombedarf jedes einzelnen Fahrzeugs berücksichtigt und dadurch die Ladezeit für gleichzeitig angeschlossene Elektrofahrzeuge optimiert. Ein großzügiger 24-Zoll-Touchscreen ermöglicht die einfache Integration von kundenspezifischen Inhalten. Neben einem Best-in-Class-Benutzererlebnis bietet sie viel mehr als nur eine Ladefunktion. Mit der C-Charge D bietet Siemens schon heute eine Lösung für die Herausforderungen von morgen. Die Zukunft ist da. C-Charge D